dann schmeißen wir sieben prozent für drei runden so damit stehe ich nicht unbedingt viel besser in der kunst na gut wir müssen halt wieder etwas mehr bestechen sollten die uns das leisten können so jetzt tun wir mal die zeit etwas vorspulen ich habe vergessen die zeit zu stoppen aber die minute reißt das nicht raus ich habe eine message meine handwerkskurs ist verbessert welches lernensier ist denn der andere naja lass mal fünf machen oder wie sieht es mit wahren aus eis und silber brauche ich dann haben wieder zwei leute bestechen herbst bis 20 uhr 1600 kredit naja ist nicht so schlimm es gibt zinsen das ist schön damit verdient man wenigstens ein bisschen kohle fangen wir an zu verkaufen es gibt jetzt hier ein bisschen geld dann können wir bestechen dass wir die nächsten posten uns schnappen ganz nach oben weiß man wie weit ich komme es geht relativ gut zügig das mit dem beruf dieses mal aber durch das bestechen und durch das natürlich alles etwas einfachen wenn man wenn man jetzt wenn ich jetzt keine display machen würde würde ich mir die bestechung einfach sparen und wird einfach das mit normaler arbeiten aber jetzt hierfür geht es schon mal wir bestechen auf landesebene aber mit 25 net weiter kommen noch mal drei vier also und du auch vier oh was hab ich denn da für ein symbol den reichen keine vier den abzocker das muss reichen mehr geht habe ich nicht ich kann mir das sonst nicht leisten kann ich nicht komplett pleite gehen aber ich mache trotzdem noch gewinnen weil jetzt sieht man hier ich bekomme sind jetzt schon 600 das ist natürlich bei so kleinen krediten relativ mal verkehrt wenn ich die höhere kredite kommen wenn ich mehr Geld habe dann kriege ich natürlich mehr und dann passt es ja hab ich damals schon 11.000 oder 12.000 bekommen ach der hat sich auch für mich entschieden dann hat sie es ja regiert dann haben wir ja den Job olle im hause von spitze egmund röthers finden sich ketzerische anhängen des johannes zusammeln die hussen wie man sie obfällig nennt planen einen öffentlichen disput mit der katholischen geistlichen der stadt und immer mehr nürnberger finden gefallen an ihren revolutionären ideen 1419 ich habe sieben aktionspunkte oh es ist winter kann ich das ding hier da jetzt machen mit sieben geht nichts ok ähm wo ist eigentlich mein da ist er ja gut jetzt muss ich erstmal waren kaufen Silber Eisen brauchen wir Politur brauchen wir Beschläge muss ich herstellen Eichen, Holz, Bretter brauchen wir auch so 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 ich brauche Eisen ich brauche Silber ich brauche Eichenholz so dann brauche ich was habe ich gesagt Politur noch oder Politur Gold habe ich, Illstein habe ich Beschläge muss ich herstellen alles klar so war das falsche Suchen äh Suchen Ziel meine ich so und der hier der die Silberkitten macht der macht jetzt dann Beschläge dann so Auf gehts Markplatz schnell da hin genau wo brauchen wir was wir es gesagt Politur oder man merkt mal alter ich habe kurz Zeit gerechnet aah wo ist denn der schreis da Politur Ziel das gesetz wurde geändert diebstahl ist verboten der überfall von transporten meistert der bespitzelung jede spionase die in euren freunden zu teil werden lässt doppelt so lange wie üblich das ist doch schön ich kann verhörte vornehmen das ist doch sehr schön was verdiene ich eigentlich jetzt anzeigen kommen 5000 von schmutzigen lietern muss ich 414 strafe zahlen sind keine schmutzigen lieder der und sich ruhig komme ich erwerbe mitbekommen scheiße entscheidet ist los ja was ist das bestehen vielleicht schaffst du doch noch wie alt ist mein knacki hier schon warte mal 35 ja passt doch naja dann kann man vielleicht sogar noch echt nach oben rutschen statu spezielle gebäude kette läuft noch da muss man keine gedanken machen so naja dann machen wir die beschleunigungsgang wieder ein bisschen mal schauen vielleicht wer ich noch landesbischof landesbischof landesher das erste zieler schon erreicht gut aber so dieses dieses ding hier durch haben hier jedoch möchte ich einen landsitz haben oh was fehlt ich hab doch einsen gekauft Wo ist das ganze Eisen hin? Scheiße! Haben die jetzt so viel Eisen verbraucht? Was machen denn die? Fressen die das oder was? Ja komm schon! Oh es ist ja wirklich was habt ihr ja gut. Schöster! Das fehlt mir jetzt ja gerade nur hier. Tatsächlich da Eisen alle. Zack, Tübe mit dir. Was bleibt ey? Was ist denn jetzt los? Ich merke schon, ich sollte mich lieber auf die Bankgeschäfte spezialisieren. So, Transport. Gold werden wir bald wieder brauchen. Fuck you. Ah, hehehe. So, und am Strich habe ich immer noch ein Wind von 6000 gemacht. Ja, einen kommen in 5000, merkt man natürlich gewaltig. Los entscheidet, zweimal ohne Amt, auch nicht. Konzeptentscheid oder was? Auch nicht. Landesbischof. Natürlich. Ehen. Oh. Man muss mir dann später den oder den nächsten Job geben, eins von beiden. Na also. Da muss man sich ja gut mit den Leuten stehen. Ich bin gespannt, ob ich jetzt gewählt werde. Na also. So. Schade ist jetzt nur, äh, anders aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen. Der Tod von Johannes Hus hat in Böhmen eine ungeheure nationale Empörung ausgelistet. Nun aber kommt es zum offenen Krieg. Oh nee. Dies geschieht, als der deutsche König Sigmund in den Augen der Böhmer, der größte Lügner aller Zeiten, seit er als König von Böhmen antreten will. Die Hussiten kämpfen nun für ihre Lehre und für ihre Freiheit. Zwölf. Und ich muss dieses Jahr, kann ich allerdings nicht weiterentwickeln, deswegen muss ich da jetzt warten. Was bin ich jetzt Erzbischof? Was kann ich jetzt Erzbischof machen? Äh, erst einmal. Achso. Ne. Falsch. Eine Segelkette noch. Falsche Taste. Schaustelllager wird mir ein Haus, wird mir ein Angebot, noch ein Schaustellerlager und noch ein Schaustellerlager. Nö, brauchen wir alles nicht. Ähm. Ich mache keine Maßnahmen gegen irgendjemanden momentan. Ja, ja, ich mache mir halt eh nichts. Ich kann meine Kredite erhöhen. Ähm, ich hätte gesagt, wir machen nochmal 5.000. Und? Nö. Wir werden bis alles bezahlt ist, dann ziehe ich das erst richtig. Das waren jetzt irgendwie weniger als gedacht. Ja, jetzt. Der Ziel. Du bist ja nicht da her. Die macht erst um 9.00 Uhr glaube ich erst auf, oder? Ah ne. Okay, rausschaufen. Sehr schön. Ist noch geschlossen? Äh. Um 9.00 Uhr sage ich doch um 9.00 Uhr. Gold ein bisschen. Das haben wir. Okay. Gold ist natürlich keins vorhanden. Und doch eins. Super. Dann kaufen wir das eine zumindest. Wir haben noch 2.052 Euro frei. Das ist gut. So. Ah, jetzt kann ich mich weiter verbessern. Das ist doch sehr schön. Das freut uns ja. Das freut uns ja. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020